Star-Fotograf Thomas aus Dresden fotografiert Star-Model Felix. Felix! Jo! Wird stehen? Ja. Warum zögerst du so, Felix? Wiss ich. Was ist los? Das ist eine Pfanne. Meinst du, dass du das nicht erlauben kannst mit deinem Body? Ja. Das glaubst du selbst nicht. Du kannst ja schon mal trocken üben, Felix. Was ist los? Du setzt mal an, kannst du reden. Felix! Nein! Was denn? Nein! Warum nicht? Nein! Warum? Ich sprich mit der Hand. Felix! Das ist dein großer Auftritt. Es geht los. Oh krass! Komm mal! Komm mal an den Rand. Auf. Van. Wurs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du auch nochmal ohne T-Shirt rein? Ne, ja Ich bin halt auch schon Du hast viele Fans hier Die Spandwerke Sind doch ein Zwerg Wir haben mindestens 10 Fotos Hoffe ich Hast du was schon mal gemacht? Ne Nach 2 Jahren mit Homas hast du schon alles gemacht Schon jeden Scheiß Ja Das geilste war in Moritzburg Ja Mit dem Arsch heute Ja Erzähl doch mal, was war das? Erzähl doch mal Erzähl doch mal Im Steinbruch? Ne Moritzburger See Ok Und warum hast du jetzt keinen Akt gemacht? Wollt Thomas nicht? Noch Nur mit ihm zusammen Nur mit ihm zusammen? Ja Na gut Ja gerne Ja gerne Ja gerne Ja Ich will auch mal Ich will auch mal Und Herr Fotograf Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja Ja 20 Fotos haben wir Werden heute noch bearbeitet Und werden morgen international rausgeschickt Ja EPA? Ja, Washington Times Oh was ist das denn? Was hast du denn da schönes Erzähl mal Passagerober Was machen? Gegen meine verspannen Mhm Das kann doch der Auri dann liegen Jetzt müsste der Auri machen Alles was Alles ist Alles ist Oh, geil Was sehen wir deine Brust damit? Nee Geht ja nicht Das ist nichts So, Bauchstein ist meine Hörsa Ja 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 Das kann schon Felix! Guck mal Felix, was sagst du denn dazu? Hä? Hä? Und jetzt? Jetzt fangen wir mal die Lektion. Der ist laut und trotzdem mein Teil Riesenvorschläge. Felix, sag doch mal was. Nein. Ich bin schüchtern. Herr Fotograf, weppen Sie jetzt das Model ab oder was geht hier ab? Ja. Ja. Model, lassen Sie sich jetzt etwa vom Fotografen abschleppen. Ja. Oh, technisch. Ehh. Ehh. Die Scheiß-Dauer-Weiß-Alben. Guck mal, kann ich schon anfangen, wenn Sie mit den Spielen haben? Nein. Ja. Aber wenn ich schlimmer noch der Autofrohr, dann fällt schon mal, wenn ich auch den Tag mal ausstelle, dann sieht es nicht anders. Ja. 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 Schau doch mal. Schau doch mal. Also, das ist ja ganz schön wie ein Bladshotel. Oh mein Mann. Auch das ist ja ganz schön wie ein Bladshotel. Pfff, oh mein Mann. es gibt auch irgendwie ein T-Shirt, oder? das muss ich sagen, ich schaue es aus das ist kalt